Heffet die Gehäle! Polizei! Opferdeli, Opferdami, was machen die in der 1. Klasse? Buben! Weisst du, was die Kirche nur gekostet hat? Die Erwachsenen sind doch nicht ganz gebacken. Komm, Frau Büsli! Feili, Feili! Der Mensch beginnt bei einem Akademiker. Oh, da muss ich die Frau fragen, Frau! Zum Glück sind wir noch normal. Vom Teilfreude genug! Ich werd' dir den Grinz erbröseln! Das ist Strickli, der geschworen hat lieber zu sterben, als jemals ein Mädchen zu küssen! Er publications, Krische! nehm' das zum Glück, ich bin sicher kein Mädchen wirklich! Und das ist Eduard. Er ist stark wie Herkules und exist schon zwei mal sitzen geblieben. Nein! Und dieses Mädchen hier ist der Bestchen. Ähhh! Geil und du bist eure Freund. Sicher bin ich mein Freund! Brudeli! Und mein Name ist Eugen. Oh, da Plathinlager kann ich dir gleich aus dem Kopf schlafen. Aber wer will schon ins Pfadilager? Wenn man den Schatz noch findet, dann müssen wir überhaupt nicht mehr nach Hause gehen. Wir müssen jetzt gar richtige Arbeit in der Lage sein. Die Buben sind an einem Konditeur aufgefallen, als sie in der Bahn herumgelungen sind. Du siehst mich jetzt sofort, du mein Bub bist du so! Ich mache sofort nach Bellen! In diesem Sommer wurden wir zu den berühmtesten Lausbunden der ganzen Schweiz. Ich wollte eine grosssägliche Suchaktion von hier bis auf Bellen. Ich sehe, du habe ein guter Stömer, du kann nicht tanzen. Und nein! Und nein! Ja! 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 Ja, hallo! So ein Schatz, du kannst du schiefen, ne? Was hast du dem Schatz gesagt?